Hey Jungs, darf ich euch vorstellen, meine neue Freundin. Boah, echt? Hey, hi. Hi, Jami. Bruder, herzlichen Glückwunsch. Alles Gute, Bruder. Hoffentlich bleibt ihr 100 Jahre zusammen. Boah, danke Jungs, ihr seid wahre Brüder, Mann. Kein Problem, Bruder, gerne, gerne. Wir müssen weiter, Mann. Okay, ciao, ciao, hau rein, hau rein. Dankeschön, Bruder, danke, danke, danke. Ist das nicht die Freundin von Sinnoh? Ja, Bruder, was ist die? Die arbeiten, die arbeiten. Hey, du bist doch die Freundin von Sinnoh. Ja, und ihr seid doch deine besten Freunde. Was für beste Freunde. Ach, du kennst doch den Sinnoh gar nicht. Der ist ein richtiger Frauenverarscher. Komm, wir erzählen dir viel mehr, wir erzählen dir viel mehr. Und Jungs, was sagt ihr zu meinem neues Auto, mein Baby? Boah, Bruder. Richtig stark. Seid ihr gegönnt, Bruder, ja. Seid ihr gegönnt. Du hast doch richtig hart dafür gearbeitet. Dankeschön, Dankeschön. Ihr seid wahre Brüder, Alter. Ihr seid wahre Brüder. Jungs, ich muss los. Haut rein, Alter. Haut rein. Ihr wisst bescheid, Alter. Mal was, warum, wie. Pippi. I just wanna get it. Oh, no. Ich bin gleich schön trainieren, weißt du? Ey, ist das durch Juno sein Auto? Ja, man. Jallah, ran an die Arbeit. Oh Leute, die kommen wir mal an, ich bin Bruno. Ich kann es nicht. Please don't call my brother Jo Bruder, danke, danke Und Jungs, ich wünsche dir meine neue Wohnung Bruder, deine neue Wohnung ist stabil Also Bruder, sei dir gegönnt Habibi, Dankeschön Jungs, ihr seid wahre Brüder Nur ihr gönnt mir, nur ihr gönnt mir Habibi, sehr gerne, sehr gerne Ja Jungs, auf jeden Fall habe ich sehr viel investiert Für mein Fernsehen habe ich 1200 bezahlt Für mein MacBook 1500 Play Die Anlage, alles da Bruder Krass Bruder, krass, krass Heftig, heftig, ja Bruder, jetzt musst du nur noch Ein paar Tage wegfahren, weil das war echt sehr viel Stress Für dich, verstehste? Ja Jungs, ich bin eh übermorgen Für drei Tage weg, ich bin in Kroatien Ja genau, flieg mal das Wochenende weg Ja man, glaub mir, Beste Bruder, Beste, glaub mir So fertig, Jungs, komm Jungs, Jungs, Jungs Tja, komm Bruder Tja, komm Bruder Tja, komm Bruder Tja, komm Bruder Jungs, was geht mal, als Klamer Ja, was geht mal, Frag gar nichts Jungs, was passiert mit uns in letzter Zeit, was ist das Die Leute gönnen uns einfach gar nichts, ja Jungs, meine Freundin, die ich euch vorgestellt habe, sie haben halt mal Schutz gemacht Was redest du, mein neues Auto? Haben die Vollzeit kratzt? Nein, da war doch gar nichts. Alles kaputt, Bruder. Bruder, das ist doch gar nichts, weil mir eine Wohnung wurde eingebrochen. Die haben alles mitgenommen, die haben sogar meine Katze geklaut. Nein. Jungs, die Leute günden uns gar nichts. Wer könnte das bloß sein?